Servus liebe Freunde, herzlich willkommen zum neuen Vlog, würde ich sagen. Warum habe ich meine, oder sehr viele Videos gelöscht? Ja, ganz einfach, es hatte private Gründe. Aber es ist natürlich mein Kanal und wäre ein Schwachsinn, wenn ich Videos lösche, die ich persönlich für meinen Kanal, für meinen Kanal cool finde. IFA 17, 18 und 19 hatte ich vielleicht fast 200 Videos oder so. Die sind natürlich auch weg. Ja, hatte weg müssen, ist halt so. Aber das ist natürlich alles weg. Und ich hatte ja Fortnite einige Videos, die sind natürlich weg, weil das hatte ich damals über die Playstation hochgeladen. GTA 5 hatte ich über 30 Videos. Rocket League hatte ich ein paar Parts. Worms hatte ich ein paar Parts. Ja, das ist halt alles weg. Ja, das hatte ich seine Gründe und fertig. Papieren, das Feld wird so schwer. Es kann doch nicht wahr sein, will nicht in dem Kopf halten. Himmel, was ist denn hier los? Also Worms, GTA 5, Fortnite, FIFA 17, 18, 19. Irgendwie auch schade, aber teilweise. Aber gut, war so. Hatte ich auch so Community, Musikvideos, die sind auch weg. Könnte ich wieder hochladen. Mal schauen. Ja, noch was anderes. Meine Vlogs. Ich stehe ja dahinter. Das sind meine Vlogs. Meine. Meine Vlogs. Ja. Und die lassen wir von keinem nehmen. Also das ist ja voll blöd von mir. Aber das war halt dann so und die habe ich aber noch gespeichert. Das heißt, ich kann sie wieder re-uploaden. Das werde ich halt immer wieder machen, weil es ist mein Kanal und für die neuen Zuseher, die denken, hä, da fehlen ja irgendwie Videos oder so. Das werde ich alles dann nachreichen. Da fällt zum Beispiel Vlog 10, da hatte ich ein Fußballvideo damals oder von Vlog 74 und so weiter. Einige Fußballvideos, Wasservideos, wie auch immer. Die werden, ich denke, ich werde es wieder re-uploaden. Immer wieder mal. Und für die neuen ist es sicher cool. Sehen Sie wieder was Neues. Mein Kanal von früher kennen. Die haben halt die Videos wieder quasi neu. Alt neu. Das heißt, die kommen halt dann wieder. Genau. Das ist jetzt mein Plan und das werde ich auch so machen. Für alle Neuen viel Spaß. Immer wieder werden die Videos, was halt quasi alt waren, vor ein, zwei Jahren, sowas, die re-uploadet. Und dann könnt ihr die einfach sehen. Etwas wollte ich damit sagen. Also Fortnite, Pocket League, GTA 5, die ganzen FIFA Sachen, Worms, Need for Speed. Need for Speed auch. Da hatte ich auch 14 Videos. Ja, alles weg. Das ist dann auch weg. Das hilft nicht. Ja, also die Gaming-Videos sind dann weg. Die habe ich nirgends gespeichert. Ja, das ist so. Aber wie gesagt, meine Paddle Vlogs, meine eigenen Vlogs, da steckt so viel Leidenschaft. Und das lasse ich mir von NIEMAND nehmen. Von NIEMAND, ja. Von NIEMAND nehmen. Von NIEMAND, ja. Warum habe ich so viele Videos gelöscht, jetzt wisst ihr Bescheid. Und das private ist Geschichte. Für mich einfach, habe ich damit abschließen müssen. Und ja, Lim geht nach vorne. Und mein Kanal natürlich auch. Und es soll ja wieder mal alles so kommen, wie es war. Ja, also die Gaming-Videos sind fort. Und meine Vlogs, die kommen, werden wieder ge-re-uploadet, die was fehlen jetzt. Ja, oder auch mein Umzug von Leoben nach Zeltwickl und so weiter, die werden wieder ge-re-uploadet. Weil, ich fand es geil und das ist cool. Und, nee. Die alten, was meinen Kanal eh schon kennen, ist halt dann wieder da, das Ganze. Für manche vielleicht cool, für manche nicht. Und den neuen, viel Spaß. Gut. Jo. Ihr könnt ja gerne was fragen, wie auch immer, wie ihr wollt. Und das andere wisst ihr eh. Und euer Badl, danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr versteht ein bisschen das, oder auch nicht. Seht ihr ja dran, ne? Viel Spaß mit den alten, neuen Videos, sag ich mal. Ja? Gut. Euer Badl, danke. Servus. Und das andere wisst ihr, wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer.